Hey, gut, dass du hier bist. Sei so lieb und verteil die Namensschilder. So lange ist ja nicht mehr, bis die Saison statt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, was denn los? Ja, leider haben wir keinen richtigen Namen für dich gefunden. Du bist doch mehr als ein Fuchs. Weißt du was? Wir lassen einfach den Fans dir einen Namen geben. Füchse-Fans, jetzt seid ihr dran. Schickt uns eure Namensvorschläge an maskottchen.lausitzer-füchse.de Dann wird abgestimmt. Und ich denke, unser Maskottchen freut sich schon auf einen neuen Namen.